Sie schaffen, kreieren und machen. Kulturschaffende in München haben Mut zum Experiment. So meint Oberbürgermeister Dieter Reiter. Kann von den Kulturschaffenden gelernt werden? Denn viele Fragen, die sich heute stellen, könne man nicht nur mit Erfahrung, mit Wissen und mit Planung lösen. Ja, das ist einer der wesentlichen Dinge, die wir zurzeit brauchen. Wir leben in spannenden Zeiten, in denen viel Veränderung im Raum steht. Und deswegen, glaube ich, brauchen wir Mut. Mut, Dinge anzupacken, Mut, Dinge auszusprechen. Mut, Dinge dann tatsächlich auch zu versuchen. Nicht nur immer darüber reden, sondern probieren. Das macht die Kultur, das macht die Kunst eben so spannend. Und die tun es auch. Und das, glaube ich, das Thema Mut, sollten wir von den Künstlern lernen. Der Kulturempfang des Oberbürgermeisters fand in diesem Jahr in den Münchner Kammerspielen statt. Mutige Projekte sind dort Tagesgeschäft. Kultur pur also. Kultur in München ist die Möglichkeit, viele schrille Dinge auf einmal zu tun. Und das war so gut wie möglich hinzukriegen. Braucht man dazu Mut? Nö, dazu muss man schissig sein. Kulturschaffende sind stets aufs Neue gefordert, wenn es darum geht, die Münchner in die Museen, Theater und sonstige Kultureinrichtungen der Stadt zu locken. Das Leitmotiv wäre, dass Staunen eine ganz wichtige Eigenschaft ist. Und wenn wir die Menschen zum Staunen bringen, dann haben wir schon ganz schön viel geschafft. Hans-Georg Küppers gestaltet als Kulturreferenz seit zehn Jahren das Münchner Kulturleben. 200 Millionen Euro gibt die Stadt im Jahr für Kunst und Kultur aus. Viele Millionen mehr als vor Küppers Amtszeit. Ich bin jemand, der sagt, wir müssen Kunst und Kultur ermöglichen. Wir müssen die Leitplanken legen, innerhalb deren sich Kunst und Kultur entwickeln kann. Und wir sind nicht dazu da zu sagen, was passiert, sondern wir müssen ermöglichen, dass etwas passieren kann. Versteht, wenn etwas passiert, dann bewegt sich was. Meist in den Köpfen derer, die für Kunst und Kultur einen Sinn haben. Die Macht der Kultur, oft ist sie der Politik überlegen. Kultur kann auf jeden Fall deutlich schneller und einfacher provozieren. Das muss sich Politik immer gut überlegen. Kultur kann durch diese Provokation Diskussionen auslösen. Kultur kann revolutionäre Dinge tun, anarchistisch sein, gerade wenn man hier bei Herrn Lilienthal bei den Kammerspielen ist. Kultur kann träumen, in die Ferne schauen, alles Dinge, die die Politiker nicht so einfach können. Das Kulturleben in München brummt. Und Herausforderungen für die Zukunft sind der Neubau des Volkstheaters oder die Renovierung des Gasteigs. Nächster Akt. Am kommenden Samstag übergibt die Stadt zum Jahrestag des Amoklaufs im OEZ der Öffentlichkeit ein Kunstwerk, das zusammen mit den Angehörigen geschaffen wurde. Aufkommen. Vielen Dank.